Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play James Bond Goldeneye Reloaded Wir sind hier im Dschungel Und er schießt schon wieder wahllos rum Aua, Aua, auch nicht wahllos Alter Ich nehme auch einen anderen Weil die habe ich überhaupt keine Lichtgabe Irgendwie sieht er sich Ah, da ist er Mit einer zweiten Weltkriegswaffe Mit einer zweiten Weltkriegswaffe Aua Der Tor auf die Entfernung Schießt sich richtig James Bond-haft bei dir die Scheiben ein James Bond-haft ist es aber nicht Jaaa Natürlich Ja, du hast von mir, die Scheiße eher Auaah Nun wollte er die Scheibe eigentlich schon Auaah Jetzt schließe ich mal richtig ziemlich James Bond-haft James Bond habe nie so eine Waffe Ich weiß Aber die da Hm Vor allem ist das gar nicht James Bond Was? Wo ich bin Ich bin glaube ich Spiel Ich bin gleich Jaaa Ich bin glaube ich mit einem neuen Schuss Oh mein, bist du jetzt gestorben? Oh nein Wieso? Hä? Irgendwie komisch So ist James Bond haft die Scheiben einschießen. Nicht Spaß. So. So. Ne, so ist James Bond haft nicht abschießen, nicht die Scheiben einschießen. Ne, wir hören jetzt auch mit James Bond haft. So ist James Bond haft nicht. Scheiben kaputt machen. Scheiße. Lister. Alter, du hast ein ganzes Magazin auf mich geschossen. Ja. Alter. Ich liebe die Scheiben. Kann nicht so mehr scheiße, jetzt muss ich mit der da rumrennen. Oh, da ist ja noch ne Scheibe. Lass mich auf. Ah, oder ein Fisch. Fütti bei der Schuette. Ich find's so cool. Schau mal. Wauw! Wauw! Cool. Womensagen wir's mal in der... Alter. Ich hab's nur so richtig... und dann war's okay. Und scheinen nein! Oh, voll cool, Mann! Ah! Ah! Leck mich, leck mich, leck mich, leck mich! Ach, ne. Ich hab ihn nur sechs Schussen. Schussen. Echt? Echt? Da. Oh, ho. Hier gibt's ja gar keine Scheiben mehr. Aha. Wie doof, fast wie alt eingeschossen. Hey, schon mal ne Regenrinne! Ach so, ne, doch nicht. Wo schießen du? Oh, ja. Wo war's die ganze Zeit an der Seite? Wo war's die ganze Zeit an der Seite? Oh, ja. Nee. Ach so, ja, dann bist du an der anderen Seite. Dann... Attacke! Ja, gerne. Ja, richtig. Na toll! Uh, hast du's gesehen? Draußen dann. Boom. Na ja. Was hast du gemacht? Im Dickhacken. Oh, da bist du! Headshot! 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 Ah! Lass mich lämeln! Oh, ich kann nicht in den Atmen kommen. Das ist kaputt gegangen. Ich geh dann mit dir auf. Alter, schon mal den Haken angehen! Ich weiß! Nein! Waffen zu zwei! Und ich... Schalt schnell um auf meine andere. Und... Und ich... Ich weiß. Ich weiß... Ich weiß nicht, dass du hier bist! Oh, wir müssen dich entdecken! Das ist ein Farb! Werat! Ah, du hast ja noch nicht. ich mag das Geräusch irgendwie auch nicht oh jetzt auch hier meine geile Waffe wieder ok nur kurze Unterbrechung weil wir nicht wissen wie wir gegenseitig sind ok oh verdammt ok oh verdammt 2 woher ich auch noch mehr echt voll cool toll wo sind wir gut verteilt aufgewacht echt scheiße stimmt ich war unten drüben um verdammt verdammt wir werden immer so gut aufgeteilt ja nachlebt ich habe jetzt sinnlos im Wald geschossen in sobald in sobald in sobald oh Moment mal die Waffe die ich gerade habe die kommt mir ja gut zum verdammt was spannend der Herrmann ganz ich tauche aus dem Nichts ab wenn ich die richtige Granaten schmeiße hier ich tauche auf jetzt hast du grad total auf mein Kopf achso naja und das ist scheiße echt was was ist denn das so so wie hättest du jetzt normal reagiert ne die Mine habe ich gesehen na echt ja ja dank dem ne 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 setz du meine Mine auf den Boden ich sehe die Mine du schießt in die Luft und wo bin ich äh ne ich sehe die Mine so ich habe die Mine gesehen bevor ich habe keine Lust mehr boah ich habe keine Lust mehr was oh ah leckend das ist ein Schneebesen jetzt Schnee äh ich besen Schnee wer macht das eigentlich das ist so ein komischer keine Ahnung ist der jung oder alt der ist alt das ist so ein Erwachsener halt schau mal ich tauche auch wieder auf dem Nichts aus wo bin ich jetzt so auf der Seite da wo nichts los ist und hoffentlich du nicht bist es ist so ein ich habe mich schon wieder in die Mine gesehen ich habe sie nicht beobachtet nicht mehr achtet achtet dir mich gerade is ist Fleischwolf jetzt Wolf Fleisch schau ich sehe die Mine so schau da ist immer das Schlecht da 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 sieht man überhaupt nichts nein da ist sie jetzt weg nein doch du bist vor dem Sturm nein da schau wo du hier drin warst was ich da angerichtet hab die jetzt weiß ich immer wo du bist na die scheißen Alper nur weil ich es kann du kannst es nicht das kann jedes Baby Christoph ja außer Christoph sagen wir mal kein Baby Babys können es nicht also Christoph nicht ok und Streber die überhaupt noch nie gespielt haben auch nicht naja die könnten es besser als Christoph aber Christoph ist einer der es noch nie gespielt hat aber jeder du hast es auch noch nie gespielt ich weiß ob ich kann es die Steuerhundung ist hier für ihn wie bei ja doch den Namen vergessen bist du da drüben ich bin überhaupt nicht ich bin ein Geist der jeden der zu lange scheiß den von uns den die Eier beißt ich mag nicht kacken grad die 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 jetzt verabschiede dich noch schnell ok machen wir zum Abschied nicht abschießen nicht abschießen machen wir zum Abschied einen schönen Blitz und ich hoffe ihr schaltet das nächste Mal wieder ein nein nicht abschießen ich schieße nur jetzt alle Granaten auf einmal in das Haus werfen 1 2 3 ok das war der Abschied und auf Wiedersehen vielleicht bis zum nächsten Mal ich hoffe bis zum nächsten Mal und bis dann